Mahlzeit, liebe Leute, hier ist euer Knubbel und ich habe heute die Demo von Deeper Into Space mitgebracht. Das wollte ich mir mal angucken, weil das vom Setting her, von der Atmosphäre her, sieht das echt cool aus. Ich weiß aber überhaupt nicht, worum es geht, wie immer bei meinen Demos. Ich weiß nur, dass das Spiel natürlich schon kostenpflichtig erhältlich ist. Ihr könnt euch die Demo aber auch kostenlos runterladen, um euch das Ganze noch mal selbst anzugucken. Aber jetzt schauen wir erst mal rein. Press F1 for HUD help. Ach herrje. Was haben wir denn hier alles? Speed, Turn Speed, Current Level. Und was? Ach herrje. Ach du Scheiße. Und was mache ich jetzt? Außer vielleicht kaputt gehen? Äh, Switch Flight Mode. Oh, ich muss in den Weltraum anscheinend. Shift to hold for inventory. Was ist denn das alles? Feuer Main Button. Tap Toggle Map. Okay, das kann man anscheinend nicht kaputt schießen. Toggle Map. Return to System. Ja, würde ich gerne. Frage ist, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Und auf was muss ich schießen? Ich bin kein guter Pilot. Hold Shift for Upgrades. Turn Speed, Top Speed, Armor, Map Range. Okay. Warte mal. Oh, da ist ein Gegner. Ich habe etwas erwischt. Und da hinten ist was gelbes. Uh, was ist das? Was ist das? Was ist das Ziel dieses Spiels? Nichts genaueres weiß man nicht. Oh, viele Viecher. Ich erkunde einfach mal alle Quadranten hier. Oh, falsche Richtung. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Da ist irgendwas blaues. Was ist das? Oh, was war das? Eine Mine. Eine Mine. Was ist das? Warte mal. Was ist das? Oder wie ist das? Was ist das? Um. Da ist das, was ist das. Da ist das. Das ist doch. Da ist das! Hier sieht aus. Ja. Da ist das. Das ist schwerer, als es aussieht, liebe Leute. Ähm, noch mehr Gegner. Kommt ja mal alle her. Ähm, was haben wir denn hier? Filzoxygen. Repair-Module. Das ist ja schon mal okay. Sich erstmal an dieser Steuerung gewöhnen. Ich fliege jetzt mal hier runter, dann daneben hoch und dann nach ganz links. Gucken, ob da was passiert. Da sind noch Gegner. Kommt ja in der Leer. Aber einsammeln kann man hier anscheinend nix. Oder? Sehe ich das richtig? Ich weiß noch nicht, ob man alle erledigen muss. Kann auch sein, dass diese Demo ja nur Gameplay-Demo vielleicht ist. Damit man sieht, was hier passiert. Das ist ja schon mal. 14% Leben nur noch. Ich zähle mal meine Rakete. Okay, so viel Geschwindigkeit kriegen wir da auch nicht raus. So, wir haben alles erkundet. Und es passiert nichts mehr. Okay. Gucken wir doch nochmal rein. Pause. Hard help. Equipped items. Ship. Ship. Rotate. Break. Charge. Boost. Convert mode. Drop a sell item. Use equip item. View equip items. Da passiert nichts. Und zweite Waffe haben wir auch nicht gekrippt. Ist das hier mein Questzeiger vielleicht? Ich fliege nochmal dem hinterher. Mal gucken, ob der uns noch irgendwie weiterbringt. Okay. Wollen wir hier irgendwas kaputt machen? Oh. 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 Ich bin mir nicht so ganz sicher, was wir hier zu tun haben. Wo schickt er uns jetzt hin? Oh, okay. Was ist das? Was ist das? Neue Map. Neue Map. Ah, da kommt man nicht weg. Passiert denn was, wenn wir hier vielleicht landen? Oh, hier gibt es Erdentziehungskraft. Da stand doch etwas mit Schiffen. Upgrade. Armor. Upgrade Station. Ich habe keine Upgrade Points, deswegen kann ich nicht upgraden. Okay. Naja, ihr werdet es schon rausfinden. Das war unser kurzer Einblick. Und wie gesagt, das Spiel ist kostenlos erhältlich. Also die Demo-Version, Entschuldigung. Die Demo-Version ist kostenlos erhältlich. Das Spiel kostet ein bisschen Geld, aber man kann die Entwickler ja auch gut unterstützen. Also, Deeper Into Space. Macht's gut. Bis bald. Das Spiel kostet ein bisschen Geld. Bis bald. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017